Mein Name ist Kraschis, ich fahr heute zu Erik und ich nehm euch einfach mal mit und ja, bis dann! Da! Und ihr seht da hinten, da der Dom und so. Wir sind da voll in Orangerie. Und das da oben, das sind echte goldene Anas-Nasche. Ananases! Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich bald wieder. Das sind jetzt hier bei so Leuten, die sich gestaturen. Das ist so voll geil. Und dann guck mal das hier an. Warum ist dein Traum genau so, dass sie vor dem Ding hängen? Und genau da, bei der Frau sieht man die Kitten, aber nicht das Geschlechtsteil. Weil das hoch, das zufällig davor ist. Das ist aber noch ganz zuge. Da ist dieser Stamm so gewachsen, dass genau das Geschlechtsteil verdeckt. Und hier? Und hier? Der ist einfach nicht nacklich. Da geh ich. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier vor einem gar nicht bekannten, ähm, Elektronik-Fachgeschäft. Nein, das ist ein, das ist ein, das ist Mediamarkt. Lass es immer dir weg. Voll krass. Ja, und wir gehen da jetzt rein und nehmen euch mit. Filmlos! Hallo! Hallo! Wir sind wieder draußen. Wir haben nicht Sekunden. Wir haben nur noch diese Marshmallows. Von der Marshmallow-Challenge. Ja, Marshmallow-Challenge. Ja, Marshmallow-Challenge. Ich hör mich mal nicht weg. Ja, aber jetzt laufen wir wieder zurück. Das sind so fünf Kilometer. Hallo! Wir sind an der Straße. Wir sind... Die Straße heißt Am Bahnhof. Und auf jeden Fall sind wir jetzt bei der Neuerbautenbrücke. Yay! Glaub ich. Ich hab keinen Hahn. Da gibt's ja schon seit 50 Jahren. Wer weiß. Ne, die sieht aber so ein bisschen neu aus. Obwohl hier schon was drauf gemalt ist. Gut. Komm, kurz hier haben wir auch drauf. Nein, machen wir nicht. Und ja. Das ist Downtown City. Ich hab einen Live-Challenge. Hier gut. Krass. Jetzt kommen wir zu viele Autos. Wir sind wahrscheinlich gleich am Uni-Platz wieder. Ja, bis gleich. So, wir sind jetzt am Uni-Platz. Yay!